Und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest. Ach, die Reise des verwunschenen Königs. Ich bin hier noch im Casino drin und ich wollte eigentlich mal ein bisschen zocken. Wenn ich das hier kann. Kann ich ein bisschen zocken? Na sicher. Kann ich hier drüben zocken? Hallo? Ja, give me, give me. Ich weiß nicht, was ich machen kann hier. Ich habe keine Tronks. Kann ich irgendwo Tronks noch da? Ja, dann haben wir hier 20, 200, 2000. Machen wir mal. Was kann man sich damit holen? Ah, hier kann man... Okay, okay. Gebetsring, okay. Blitzack. Alter. Wäre natürlich geil für Jessica. Oh mein Gott. Joa. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen abhängen. Komm, lass mich spielen. Wir spielen. Ja, hallo. Ich will doch nicht mit dir quatschen. Kann ich hier nicht mit zocken hier? Ja man, ich will spielen. Okay. Äh. Wie komme ich jetzt? Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. All den Trick kenne ich noch. Du fahrst einfach. Jetzt habe ich hier hinten alles vergessen. Bam, bam, bam. Das machen wir jetzt noch. Zuck. Obwohl ich das hier gar nicht brauche. Ich glaube ich brauche noch mehr, ich kaufe noch mehr, baller da mal 5 drauf oder 3 auf jeden Fall. Ja, gib mir noch mal, ach das ist zu viel. Ja, wir zocken noch runter, das war ja so 10 Minuten, da kann man mal ein bisschen hier Casino rumlungern. Komm schon. Nein, ich will doch zocken, gib. Fangen wir erstmal ganz hinten an. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. So. Machen wir einfach mal alles voll hier. Oh. So, da wollen wir nix. Ich komme mit denen auch noch hier. Noch so und so. Ja, Mann. Guck, wie viel ich jetzt rauskriege. Keine Ahnung, das ist jetzt hier so ein reines Glücksspiel für mich. Achte, ist irgendwo vorne, ne? Me mám. 110. Ich ach mein Filter. 8, 2, 3. Ja, ollut ColumbiaG Cross. das hat was ist denn ach so warte mal weil ich nur die machen machen wir die hier mal 3 3 1 zu 3 so ja man auch rein die meine 16 16 22 wo ist sie denn hat es bestimmt am ende nur 9 du affe es gibt du affe ich will sondern 11 bis du affe gibt er mir kein geld ich will doch einfach nur so eine scheiß rüstung der mogel doch hier einmal will ich noch ich will nicht so viel ich habe nur drei gesagt es gibt ein gewinn ich habe viele verloren 9 9 20 ok ja wir machen noch mal ich glaube ich immer beim einigen gesetzner so mach mach du man eine 12 ist auf dem anderen ding bestimmt 20 24 ich glaube ich ausgegeben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 12 15 18 ich habe genauso viel raus bekommen betrug so 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 eine runde noch dann suchen wir mal weiter eine 16 18 zu stück nein ich will nicht nochmal vor die ab zurück kann ich ja hallo kann man hier auch spielen wir haben ein bingos spiel ok ein bingos spiel machen die tons okay zwei elf 13 gib mir eine 6 das ist nicht wahr verarscht mich das spiel hier 20 ich will noch mal und raus luchita gibt mir doch zwei hackt bei dir blöder pspot du es gibt chance kommt eh nicht chance für der affen mensch du wir zocken jetzt unser geld hier noch eine perspektive nicht ändern ich finde die so geil 1 marsch der wälder und zwar kommen gibt doch endlich da was ist mit die los fällt kloppen die kaputt wieder chance 20 hat doch bei dir ab jetzt gibt ja gibt wo geht mir doch nicht in den ecken da wenigstens reihe chance kriege eh nicht 23 siehst du das spiel mogelt ok noch eine 1 22 6 cheater spiel jetzt gibt spiel man nie